Es ist wie im Frieden. Das ist das Merkwürdige, dass alles so weitergeht. Du lässt mich an deinem Leben gar nicht teilnehmen. Was ich von dir habe, sind immer nur so Momente. Ich weiß ja. Ja, ja. Und jetzt fahrt ihr nach Russland. Schautraut, es ist doch nur ein Vierteljahr. Im Wintersemester dürfen wir ja wieder heim. Es ist doch ungleich zwischen uns. Alles läuft immer wie du willst. Komm, lass uns jetzt nicht drüber reden. Siehst du? Genau das meine ich.